Aber nicht hier, oder wie, oder was? Noch um die Ecke. Ecke, die Ecke, die Ecke, die Ecke, die Ecke. Oh, da drücke ich mich auf die Kamera an. Ich bin drin, ich bin im Netz. Du bist im Netz. You're very cool. Tolle Tour gewesen, was? Oh, hallelujah. 7, was war das jetzt? 7B. 7B für den Weltfrieden. Gegen Putin. Zum 1. Mai. Zum 1. Mai. Und ich habe es hoch geschafft. Wahnsinn. Na ja, gut, gut. Gut moralisch unterstützt. Oh, das war's für die Ecke. Oh, das war's für die Ecke. Okay. Oh, das war's für die Ecke. Jan Miller, unser bester Vorsteiger heute. Olaf hätte heute zum Helden werden können. Felix ist am Ring? Okay. Ah, das sind die anderen Heroes. Coole Tour mit euch. Oh ja. Was war das? Der Pfingstweg, ne? Pfingstweg? Drei Staten. Irgendwann musst du jetzt mal ganz rechts. Bruder, du machst der Friss. Ist ja auch nicht die Möglichkeit gewesen. Kamilo? Ja, die hat alles gut. Aber schau. Müsst wieder hierher kommen zum Risswolle. In der Höhe einfach rüber zu uns. Marne, das gut hierher kommen. engelde hierher Marne, das ist ja nichts. Es wird so, dass ich vielleicht ein paar altar. Aber er hat mir versucht, dass du in Wiener nach etwas gönnest. Wenn du in Wiener nachsoguckst, dass du auch will, was du in Wiener nachdecken. Drei, wöchst, 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 wöchst. Die Brüste, es ist ja nicht die Brüste, Der Felix, kann ich ja jetzt hier diese extreme Reibung haben? Ach so, hier stürnseitig, oder? Ja. Und, ist das schön zu sehen? Nee, da kämpft man in den Finger, oder schon? Das ist total geil. Bei der Galorizze ist halt nix wie hier. Abgespeckt. Abgespeckt. Galorizze ist halt das Ding hier im Bier und dann wird er auch geschuft. Ja, ja, ich warte und hab mich genau miterlebt, wie es hier abgefettet wird. Damit du in Bad bist, wirst du abgefettet. Aber Uwe kuck doch mal rein. Ja, ja. Uff, uff, uff uff, uff. 次. Hier ist natürlich ein paar Panoramen. Ja, okay. Man fängt da! Ja, da muss ich durchgucken. Du kannst dich von der Seite zeigen. Jawohl. Hier fühlst du mich ständig ran. Ich bin wohl noch verliebt, aber irgendwie immer jung. Immer Papa und Selbstständiger. Ja. Ja. Ich krieg's ja auch nicht in den Griff. Ich krieg's ja auch nicht in den Griff. Ich krieg's ja auch nicht in den Hingern. Und, du kannst du es ja auch nicht. Und, du kannst dich aus dem Hingern. Ich krieg's ja auch nicht in den Hingern. Darunter in der Hingern? Deine Hann. Untertitelung des ZDF, 2020